Leute heute morgen zum Frühstück schalte ich Dirk Kreuter zur Motivation an dieses Mindset wird nicht reich machen und plötzlich kommt so ein Werbevideo ja also die von euch die schon YouTube Instagram und so kennen und was es da alles gibt und das Witzige ist von Magic Mail also Orlando Owen das ist so ein Dating Coach Männlichkeits Coach was auch immer und das Video läuft hier und euch fällt vielleicht schon auf dass es hier keinen Button gibt kein Instagram war also nichts das ist sowas obskures sowas bizarres habe ich überhaupt nie erlebt ja ihr seht hier unten das ist eigentlich das Video von Dirk Kreuter das seht ihr hier unten der Kanal und die ganzen Links und die Shownotes und so weiter ja und und das ist das Video von Magic Mail mache ich das mal ganz bis paar Sekunden nur an ein Mann zu sein der Frauen in seinen Bann schlägt dann klick jetzt auf den Button unter diesem Video und klick jetzt unter dem Button also da gibt sich hier Mühe macht jetzt zwei Minuten 2020 hier die krasseste Werbung mit den krassesten Fotos und den krassesten Hooks und den krassesten ähm painpoints und was weiß ich ja sei ein Mann und du kriegst sonst keine Frau jetzt klick unter den Button klick unter den Button und nochmal machen nochmal machen hier nochmal machen dann klick jetzt auf den Button unter diesem Video dann klick jetzt auf den Button unter diesem Video und der Button unter diesem Video ist der Bestseller Verlag oder der Kräuter oder ansonsten gibt es hier nichts zu klicken Leute ja was ist denn das ich habe noch nie mehr im Leben so eine krasse äh komische nicht funktionale In-Stream YouTube Anzeige man das Leben noch nicht gesehen also das ist der absolute Wahnsinn wie kann man das zustande Wahnsinn 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 nochmal nochmal das kann ich einfach nicht glauben hier ja hübsche Frau ja 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 Leidenschaft und Liebe erleben wenn du bereit bist endlich zu spüren was es heißt ein echter Mann zu sein der Frauen in seinen Bann schlägt dann klick jetzt auf den Button unter diesem Video und lade dir kosten den Button unter diesem Video ja kein Button da wie krass ist das denn wie krass ist das denn was ist da passiert Leute YouTube geht langsam den Bach runter ja positiv Leute positiv positiv wie geht das wie geht das einfach mal in die Kommentare hauen wenn da jemand eine Idee von euch hat vielen Dank bis zum nächsten Mal ja Thomas ja 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 ja